Hier ist Gartenvideo.com. Mein Name ist Markus Kobelt. Unser Thema heute die wunderschöne Dahliengärtenreihe von Peter Haselhofer und es geht um die verschiedenen Typen, die verschiedenen Arten von Dahlien und neben den verschiedenen Blütenformen gibt es auch dunkelblättrige, schwarzblättrige fast Dahlien und einfache Dahlien. Hier ein Beispiel, die sozusagen beides erfüllt. Peter Haselhofer. Ja, hier ist ein Sämling von 2011, also Blödsinn von 2012. Der Samen ist aus 2011. Eine von 4000 Sämlingen hier auf diesem Sämlingsfeld. Sie ist zufällig dunkellaubig mit dieser schönen Farbe. Innen drinnen dann die Bollen, die man hier sieht in der unteren Blüten, die ist schon ein bisschen weiter aufgeblüht. Hier sind die Bienen und die Schmetterlinge dabei. Sicher eine schöne Sorte für den Hausgarten. Ich möchte weiter hinten auch noch eine andere dunkellaubige Sorte zeigen. Hier ist ihr Gefühl. Das ist auch ein etwas dunkleres Blatt und auch die Sorte hat ein dunkles Laub mit heller Blüte. Also man versucht dann eben auch ganz bewusst, das dunkle Laub mit heller und farbigen Blüten zu kombinieren, um den Kontrast zu haben. Genau. Nur dunkellaubige Sorte sind im Trend, passen in Staudenrabatten ohne weiteres rein. Ich sah in einer anderen Taliengärtnerei einmal nur dunkellaubige Talien. Mir persönlich gefiel das nicht so gut von Weitem schaut das aus, als ob die Talien erfroren werden. Also mein direktes Zuchtziel ist es nicht, wenn einmal eine schöne, wirklich schöne Talie dabei ist, die gesund ist und dunkles Laub hat, ist es eine Abwechslung, ist es besonders, auch für mich besonders. Jedoch alle Talien müssen nicht dunkles Laub haben, auch grünes Laub und einfache Blüten sind ohne weiteres sehr schön. Herzlichen Dank Peter Haselhofer für die Information über dunkellaubige und einfache Italien.